Es gibt was Neues für das Bundesland Sachsen und das trifft sich ja ganz gut, denn im nächsten Jahr, genauer gesagt am 1. September des nächsten Jahres, findet dort die nächste Landtagswahl statt. Das heißt, so langsam aber sicher wird es ja ernster in Sachsen und so lohnt sich ein Blick auf Sachsen eigentlich immer. Der Stand der Dinge für dieses Video ist der heutige Samstag, der 16. Dezember 2023. Ja, und dieses neue Angekündigte ist das Umfrageergebnis hier von Silvia vom 4. Dezember. Mit dem wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen und mal schauen, wie der aktuelle Stand der Dinge so aussieht. Wichtig an dieser Stelle gilt aber noch zu sagen, dass das Bündnis-Sacher-Wagenknecht hier noch keine Ergebnisse bekommen hat von Silvia zum Beispiel. Das heißt, wir müssen das Bündnis-Sacher-Wagenknecht ein bisschen mit dem Hinterkopf bedenken und beachten. Laut Meinungsforschungsinstituten kann ja das Bündnis-Sacher-Wagenknecht bis zu 10... Kiste, die AfD lag bei den Umfrageergebnissen zuvor in Sachsen vorne. Die CDU hat vielleicht einen Amtsbonus, also es könnte eine enge Sache werden zwischen den beiden, was Rang 1 betrifft. Und dann folgt hinter CDU und AfD wirklich lange nichts. Selbst die Sonstigen haben zusammen mehr Prozent als irgendeine andere Partei. Die Sonstigen spielen aber, so wie es aussieht, keine Rolle bei der Landtagswahl in Sachsen. 11 Prozent sind es zwar, aber nur die Freien Wähler kriegen hier mal einen Wert angegeben. Das sind 3 Prozent. Das reicht auch nicht aus, um ins Parlament einzuziehen. Das heißt, hinter CDU und AfD gibt es einen Dreikampf um Rang 3. Da haben wir die Linke, die SPD und die Grünen, die liegen alle bei 7 Prozent bei Silvey. Und ja, wer da jetzt wirklich die Nase vorne hat, das kann man nun wirklich nicht sehen hier aufgrund dieses Ergebnisses von Silvey. Für die SPD würde es ein leichtes Minus bedeuten im Vergleich zu 2019. Für die Grünen schon ein etwas spürbareres und für die Linke ein sehr deutliches. Von 10,4 Prozent würde es auf 7 Prozent runtergehen. Bei der Wahlkreisprognose zuletzt hatte die SPD das bessere Ende von den drei Parteien. Für sich, da sah es eng aus, was den Einzug in den Landtag betrifft, für die Grünen. Aber ja, so weit entfernt waren Linke, SPD und Grüne voneinander da auch nicht bei der Wahlkreisprognose. Und hier bei Silvey hat man eben 3 mal 7 Prozent stehen. So, und dann haben wir noch die FDP. Die liegt bei 2 Prozent und da sieht es nicht so aus, als könnte die FDP in den Landtag einziehen. Sie würde also weiterhin draußen bleiben. Jetzt schauen wir mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Bei der AfD, habe ich es ja schon gesagt, plus 5,5 Prozentpunkte sind das. Das sind auch die größten Gewinne für irgendeine Partei, die wir hier sehen können. Die sonstigen liegen insgesamt 1,8 Prozentpunkte besser als bei der letzten Wahl. Und ja, die CDU liegt ein bisschen oberhalb des Ergebnisses von 2019. Man kann aber eher sagen, da wird mehr oder weniger das Niveau gehalten. Auf der anderen Seite, ja, die SPD, die hält auch das Niveau, minus 0,7 Prozentpunkte. Und dann sehen wir noch drei größere Minuswerte. Minus 1,6 Prozentpunkte bei den Grünen, minus 2,5 Prozentpunkte bei der FDP und ganze 3,4 Prozentpunkte weniger hat die Linke zurzeit laut Silvey im Vergleich zu 2019. Was bedeutet das für die Sitzverteilung? 120 Sitze gibt es regulär im Landtag von Sachsen und die würden aktuell so entfallen, dass Linke, SPD und Grüne, nun alle bei 7 Prozent liegend, auch die gleiche Sitzzahl bekommen würden, nämlich 9. Die CDU genauso wie die AfD kriegen 46 Sitze und ein Sitz kann nicht klar zugeteilt werden. Das wäre ein weiterer Sitz für entweder die CDU oder die AfD. Und wenn wir jetzt auf die realistischen Koalitionsoptionen blicken, dann muss man sagen, würde es für die aktuell amtierende Kenia-Koalition reichen. Es gibt zwar heftige Reibereien zwischen CDU und Grünen tatsächlich in Sachsen, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen zuletzt, das war durchaus brisant, aber eine andere realistische Koalitionsoption gibt es halt nicht. Das heißt, es würde wieder auf die Kenia-Koalition hinauslaufen, so sieht es aktuell aus. Aber wie gesagt, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja noch nicht dabei und das kann ja auch einiges an Prozenten gewinnen. Insofern dürfte sich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht auch hier an diesem Bild nochmal etwas ändern. Ja, warten wir es mal ab, wie die Werte so sein werden für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das soll es zu Sachsen gewesen sein für heute und so setze ich abschließend einen Punkt.